Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rabens. Tja, beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft. Wir sind endlich mal auf Onas Hof angekommen. Und hier gibt es einfach wie jeder schon viel zu viel zu tun, wie ich finde. Und deswegen muss ich jetzt glatt überlegen, was wir machen. Das große Problem ist, dass wir eigentlich noch total unter Level sind. Allerdings will ich ja noch keine Lernpunkte ausgeben, weil wir ja noch nicht wissen, welche Gilde wir uns anschließen. Und das ist momentan so ein kleines Problemchen. Verdammt, was ist los? Ja, bleib mal ruhig. Ich will ja, je nach Gilde, der wir uns anschließen, müssen wir ja unterschiedlich skillen. Das ist hier ja relativ wichtig in Gothic 2 noch. Und da das aber erst noch ein bisschen später ist, muss ich jetzt hier irgendwie nochmal rüberkommen. Und deswegen werden wir mal noch mit Leuten reden, zum Beispiel mit Bodo. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben. Aber jetzt ist Schluss damit. Ich glaub nicht, dass ich daran... Na gut, okay, der hat nichts Besonderes. Gut, ähm, näher, wir werden jetzt auf jeden Fall, wir haben ja noch so ein paar Quests offen. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen halt so ein paar Kleinigkeiten machen. Jarvis will... Das war das. Genau, wir werden jetzt erstmal die Pacht eintreiben, würde ich sagen, und dabei vielleicht ein paar Monster auf den Feldern jagen. Die nächsten Folgen werden jetzt vielleicht nicht so super spannend, wie gesagt. Ich werde ein bisschen, ja, ein paar Monster jagen, wahrscheinlich vor allem, denke ich. Da ich ja, wie gesagt, noch nicht großartig skillen kann, da ich noch nicht weiß, ähm, wie wir, welcher Gilde wir uns anschließen wollen. Und je nachdem, welcher Gilde wir uns ja, wie gesagt, anschließen wollen, werden wir auch dementsprechend skillen. Aber das erkläre ich alles auch nochmal in dem, dementsprechenden, äh, in dem dementsprechenden Gilden-Wahl-Video. Also der Link ist wahrscheinlich hier wieder unten in der Beschreibung. Einfach mal reingucken, dann findet ihr das Ganze schon. So, und jetzt kümmere ich mich erstmal hier um diese blöden Feldräuber. So, komm mal her. Ja, verdammt, nicht nach vorne schlagen und dann zurückweichen. Ich kämpfe schon wieder so schlecht, es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber es reicht für, für euch reicht es noch. So, das Problem ist, ich hätte mir mal Fleisch braten sollen. Denn jetzt habe ich keins mehr. Blöd. Da haben wir hier noch Wurst. Erstmal ein bisschen Wurst. Die ganze Wurst in einem. Super. So, und ich werde die einzelnen Pullen einfach aus dem, ja, ich denke mal, man sollte wissen, warum ich die einzelnen Pulle einfach, ne, das wird einfacher dann. Das sollte man, denke ich, schon gemerkt haben. So, der andere merkt nisch. Das ist perfekt. Komm her. Nein. Lasst mir meinen Monster. Oh, ihr Wichser. Lasst mir meine Monster. Lass die mir, lass. Wehe, du klaust mir schon wieder die Erfahrungspunkte. Ich brauche die dringend. Oh, du dummes Bauernweib. Ach, gibt's doch nicht. Jetzt hat die mir zwei, jetzt hat die mir insgesamt 160 Erfahrung geklaut, die olle Schlampe, ey. Könnt kotzen. Blöd. Jetzt fehlen mir wirklich 160 Erfahrungspunkte wegen der. Das geht mir jetzt schon so ein bisschen auf den Sack, muss ich ja sagen. Das sind 160 wichtige Erfahrungspunkte am Ende bestimmt, so wie ich das sehe. Dann kümmere ich mich halt um die. Komm her. So, jetzt sollten wir ja weit genug von der blöden Bäuerin weg sein. Dass hier generell alle Leute gleichzeitig auf Monster gehen, finde ich ja ein bisschen blöd, muss ich sagen. Also, dass so eine Bäuerin, die ja wahrscheinlich eigentlich im Kampf nicht großartig geskillt sein sollte, auf Feldräuber geht, ist schon so ein bisschen seltsam. Das haben sie ein bisschen schlechter gemacht. Das war in Gothic 1 meiner Meinung nach ein bisschen besser. Da war es ja noch so, dass die Leute auch gerne mal... Warum habe ich die Waffe noch? Danke. Dass die Leute auch gerne mal weggerannt sind, wenn die Gegner stärker waren. Oh, Moment, ich habe da noch Buddlerfleisch, die werde ich dann mal essen. Das war meines Erachtens besser. Hier rennen wirklich alle Leute, wahrscheinlich selbst wenn hier ein Drache auf... Auf... Was ist denn... Wo ist denn mein Schwert? Hallo? Jetzt. Das war weg auf einmal. Wenn hier wahrscheinlich ein Drache auftauchen würde, ein Korinus, würden wahrscheinlich trotzdem alle Bauern mit draufrennen. Und das finde ich ein bisschen blöd. Aber na gut, kann man nicht ändern, haben sie halt so gemacht in dem Spiel. War vielleicht einfacher, als für jeden noch was einzustellen, keine Ahnung. Oder man wollte verhindern, dass die wie in Gothic 1 dann so nervig wegrennen. Wer weiß das schon? Oh, es dauert noch so ewig, ey. Ich hoffe, wir können bald endlich was skillen. Vor allem, wir kriegen jedes Mal so viel Schaden, da wir selbst so wenig machen. Was habe ich denn jetzt getrunken? Irgendeine Suppe wieder. Ich wollte doch eigentlich erstmal die Buddlerfleisch futtern hier. Habe ich jetzt Heilkraut ver... Oh, ich wollte eine Heilpflanze essen. Mh, ich verbrauche schon wieder meine wertvollsten Kräuter hier. So, hier waren doch irgendwo Scavenger. Lass mich raten, die wurden von einem Wolf angefallen oder sowas und sind jetzt irgendwo hingerannt. Ach, wie blöd. Wie blöd. Ja, das passiert ja auch ganz gerne. Das ist ja noch was Gutes. Also die Tiere bekriegen sich teilweise immer noch und wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Wolf gekommen und hat den Scavenger angegriffen. Naja gut, kann man jetzt nicht ändern. So, komm mal her, du blödes Vieh. Ich will level up, level up, level up. Komm schon, gib mir ein Level up. Jetzt läuft es doch gut. Da muss man aber das richtige Timing haben, was ich gerade nicht mehr hatte. Aber ich meine, viele habe ich ja nicht... Ah, da kommt er zurück. Was hast denn du gejagt? Hast du was verloren an Health? Nee. Keine Ahnung, was die gejagt haben. Wer weiß das schon. Wobei Scavenger ja eigentlich Aasfresser sind. Dass die überhaupt was jagen, ist ein bisschen seltsam. Generell, dass die einen eigentlich angreifen. Die sollten eigentlich eher wegrennen, denke ich. Die sind ja Aasfresser. Hätte man auch mal machen können, muss ich sagen. Also, dass eben einen nicht alle Tiere angreifen. Ich rede mal jetzt von Fleischschwanzen ausgenommen. Ähm, sondern dass es auch wirklich Tiere gibt, die nur Pflanzenfresser sind, die einen nicht sofort angreifen. Weil, ich meine, ist ja eigentlich in der Natur auch nicht so, dass mich jedes Tier gleich angreift. Aber na gut. Ich meine, sonst müsste man den Tieren auch noch hinterher rennen. Das wäre ja spaßig. Ich rede nur von Gothic 3 Hirschjagd. Höh. Das sind Späße, ey. Ach, da kommt der Wolf. Ähm, das ist jetzt blöd gerade. So, der Wolf schleicht sich an den Scavenger an. Genau. Und jetzt greift er an. Und dann mache ich immer mit. Oh, verdammt. Ein zweiter Wolf. Komm her, Wolf. Ach, ihr Nerv. Wisst ihr das? Ihr mit eurem blöden Jagdverhalten hier. Ihr klaut mir auch schon wieder Haufen Erfahrungspunkte. Ach, und jetzt rennen sie ewig weit weg. Ach, und die töten den Scavenger bestimmt. Ach, Mann. Ich finde das blöd. Wie viele Erfahrungspunkte mir hier schon wieder flöten gegangen sind durch so eine Kleinigkeiten, ne? Naja. So, ich glaube hier, die Bauern hatten sogar einen Namen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Bar- Barbera, genau. Barbara. Hallo, schönes Mädchen. Das sagt er irgendwie zu jedem, oder? Süßholzfasspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst. Ich habe zu tun. Den Spruch bringt er bei jedem. Wie läuft es mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen. Dann weißt du, wie es läuft. Suchst du Landarbeit? Ganz bestimmt nicht. Nein. Eigentlich will ich Söldner werden. Dann bist du hier falsch. Die Söldner findest du meistens auf dem Hof des Großbauern. Na gut. Das weiß ich ja schon. Du hast mir echt viel zu sagen gehabt. Du bist ein normaler Mauer. Du machst hier schöne Feldarbeit. Mach das mal weiter. So, und ich hoffe, ich kriege den schon mit meinem niedrigen Skill-Level. Skill-Level ist auch so ein Wort. Das habe ich jetzt mal erfunden. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Na, na, na. Das lasse ich mir aber nicht durchgehen. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwas, sonst würde ich dir Wegzoll abknüpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Nö, du kriegst von mir nix. Das kannst du auch wissen. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Konntest du es ja mal versuchen. Na dann. Der hat, was hat der für eine Waffe? Der hat eine Zweihandwaffe, eine Axt. Oh Gott, der macht schon Kombos. Oh, und ich mache ihm ja fast gar keinen Schaden. Gut, mit der Zweihandwaffe ist er natürlich ein bisschen langsamer, als wir mit unserem tollen Degen. Aber der macht auch ordentlich Schaden, der Kunde. Alter Falter, ach meine Güte. Warum bin ich so blöd unterlevelt? Ich glaube, das lassen wir vorerst auch. Gehen wir dem mal aus dem Weg. Ähm, warum ich den jetzt, ähm, neu lade. Das Problem ist, die nehmen einem hier wirklich alles Gold. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem ist. Aber ich weiß, dass manche einem hier wirklich alles Gold abnehmen, wenn die einen besiegen. Und die nehmen einem dazu noch die Waffe weg. Und das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen lade ich das jetzt, auch wenn er mich nicht umgebracht hat. Und ich muss echt diesen blöden Kämpfen aus dem Weg gehen. Bis ich verdammt nochmal ein bisschen was drauf hab. Ach, ist das nervig. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich noch in der Stadt geblieben. Aber ich wollte jetzt endlich mal die anderen Gilden zeigen. Die anderen beiden. Deswegen wollte ich nicht mehr in der Stadt bleiben. Sonst hätte ich noch wesentlich mehr in der Stadt tun können. Und ich denke, ich gehe dann auch bald wieder zurück in die Stadt. Ich wollte eigentlich bloß noch die Pacht hier eintreiben. Das ist eigentlich doch nicht so schwer. Das hatte ich nicht so schwer in Erinnerung. Den müsste ich relativ einfach eintreiben können. Wie geht's? Du bist keiner von uns, nicht wahr? Mach lieber, dass du hier wegkommst. Warum? Hier war es zwar früher nicht das Paradies, aber zumindest hatte man seine Ruhe, wenn man seine Arbeit für Seekop gemacht hat. Aber in letzter Zeit ist es unerträglich geworden. Überall Banditen, Feldräuber zerstören die ganze Ernte und der Großbauer ist auch immer grausamer geworden. Ja, super. Hast du Angst vorm Großbauern? Na gut, lass dich nicht unterkriegen. Ja, das ist immer nett, ne? Hast du Angst vor dem Großbauern? Klar. Wenn dem Großbauern irgendjemand nicht passt, hetzt er seine Söldner auf ihn und kurze Zeit später ist man verschwunden. Also hält man hier besser die Klappe. Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern? Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber sicher nicht, um uns kleinen Leuten zu helfen. Das Feldräuberproblem ist Sache der kleinen Bauern, die die Felder bei ihm gepachtet haben. Hm, na gut. Ich könnte dir ja helfen, aber die Option gibt's blöderweise nicht. Wie schützt ihr euch vor den Banditen? Gar nicht. Wir laufen weg. Was sonst? Lass dich nicht unterkriegen. Nicht so einfach, wenn man für Sekob den Menschenschinder arbeitet. Ja, ganz ruhig wird schon irgendwie. Denke ich. Hoffe ich für dich. Nun ja, da steht einer rum, der futtert die ganze Zeit. Nur Balthasar. Die Namen sind auch teilweise lustig. Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Bitte was? Ich bin kein Lehrling. Oh, ach so, ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Welche Arbeit machst du hier? Ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Schafe hüten. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Gut, wenn du meinst. Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Das Gras auf dieser Seite der großen Felder ist immer sehr mickrig und ausgedörrt. Dann gehe ich meistens auf die großen Weiden der anderen Bauern. Dem Großbauer macht das nichts aus, aber Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, macht jedes Mal einen riesigen Aufstand, wenn ich mit den Tieren bei ihm bin. Er ist der Meinung, dass Seekopp Zoll bezahlen soll, wenn ich seine Tiere auf Bengas Weide bringe. Seekopp macht dafür aber keine müde Münze locker und darum darf ich auch nicht mehr auf das Plateau. Hm, ach, du bist ein Armer, ey. Ich helfe dir mal. Vielleicht sollte ich mal mit Benga sprechen. Das würdest du für mich tun? Nein. Naja, äh... Ich habe ja eigentlich Besseres zu tun. Sowas wie Drachenjagen. Ich meine, ich will keinen Ärger, hörst du? Ich werde ihn verprügeln. Wir werden sehen. Einfach verprügeln. Wo finde ich das Weidenplateau und Bengas Hof? Du folgst dem Feldweg und überquerst die große Kreuzung. Wenn du dich dann rechts hältst, siehst du vor dir ein großes Felsmassiv. Rechts dahinter ist das Weidenplateau und der Pass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal sind die Beschreibungen in den Gothic schon ein bisschen, ähm, strange gewesen. Ich weiß noch, wie ewig ich damals nach diesem Weidenplateau gesucht habe. Aber das war auch der Grund, dass ich eine andere Beschreibung von jemand anders bekommen habe, wie ich da hinkomme. Muss man ja auch mal sagen. So, hier gibt es hoffentlich erstmal ein bisschen was abzustauben. Ihr interessiert euch ja nicht für eure Güter. So, was haben wir denn hier? Du willst mir sagen, hier ist nichts drin? Wollt ihr mich verarschen? Und da oben? Da irgendwas versteckt? Komm schon. Nur Heu, Heu, Heu. Was will ich denn mit Heu? Heu braucht keiner. Na gut. Und hier haben wir noch Till. Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich bin kein Feldarbeiter. Warum ist das eine Frage? Hast du ihr das Sagen? Äh, Nein, ich bin nur Sekops Sohn. Aber wenn mein alter Herr einmal nicht mehr ist, dann gehört das ganze Land, was du hier siehst, mir. Ist ja toll für dich. Ja gut, Till ärgern, das finde ich toll. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht Spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Mhm. Ich muss mal mit deinem Vater sprechen, ich brauche die Pacht für den Hof. Ich muss deinen Vater sprechen. Der hat keine Zeit, aber ich bin sein Stellvertreter. Dann kannst du mir ja die Pacht geben. Und kann ich dir helfen. Indem du mich deinem Vater vorstellst. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Mhm. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon finden. Wie du meinst. Gott, da will er ihn erst haben und dann doch nicht, oder wie? Ach Gott. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Ja, das glaubst du selbst nicht. Das glaubst du auch selbst nicht. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Bevor die erst mal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Genau. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Oh, du Armer. So ein Schwachsinn, dieser Typ. Der ist so unnötig in diesem ganzen Spiel. Aber naja, gut, man konnte ihn ja mal einbauen für irgendwelche dämlichen Dialoge. So. Die Frau steht am Herd. Der Mann sitzt im Sessel vorm Kamin. Fehlt eigentlich nur noch, dass er eine Pfeife in der Hand hat und vielleicht also in der einen Seite, auf der einen Seite eine Pfeife oder eine Zigarre und in der anderen Hand Bier oder irgendein Glas auf jeden Fall. Dann wäre das Bild perfekt, oder? Würde ich ja mal so sagen. Hey, du. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Nee, ich bin noch kein Miliz. Noch keiner. Vielleicht werde ich's irgendwann. Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Sekop hatte sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter bis ihm das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Sekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Ach, du bist echt eine arme Frau, oder? Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Was? Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Ja, das klingt nicht schlecht. Barriere? Ich hab noch nie von der Barriere gehört. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Wo hat die einen Knochenbogen her, bitte? Warum hat die den dabei? Kann mir das mal einer verraten? Oder eine Kriegsarmbrust? Also ich meine nichts gegen die Händler oder sowas. Ich meine, das kostet ja überall gleich. Aber wo hat die das Zeug her? Ganz ehrlich, wo hat die das Zeug her? So, ja, was könnte ich nochmal verkaufen hier für ein Schrott? Ich hab hier viel zu viel Zeug. Goldene Schale. Weg, weg. Obwohl, nee, den verkaufe ich bei einem anderen später eventuell. Ähm, ihr könnt Waffen verkaufen. Den Wolfszahn benutze ich nicht, zu geringe Range. Die rostige Axt eigentlich auch nicht. Die Skrubbelkriegsbeil ist mal schwächer als die rostige Axt. So einen zweiten Degen brauche ich in der Regel auch nicht. Ein rostiges Schwert auch nicht. Die Knüppel braucht auch keinen Menschen. Gehstock sowieso nicht. Bogen behalte ich mal ein. Ja, sollte erst mal reichen, dann habe ich wieder ein bisschen Geld hier. Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Ähm, Hust, Hust, nein, ich bin nie wieder gekommen. Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg, und wir müssen uns eben damit abfinden, um da ONA zu arbeiten und zu hoffen, dass ONA uns zur Seite steht, wenn's brennt. Naja, tolle Miliz, ne, eigentlich ja sozusagen die Polizei von Korenes beutet ja einfach die Bauern aus. Wie sieht die Hilfe von ONA aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber, unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Mhm, na gut, bist du jemals bei der Barriere? Na, in der Barriere wär ja blöd, ne, aber bei kann man ja mal fragen. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Was können, ja, das hatten wir schon. Ja, Benga hatten wir doch gerade gefragt, das ist doch der mit dem Weidenplateau, Wie komme ich zu Bengas Hof? Sprich mal mit Balthasar. Ah ja, okay. Das ist unser Schafhirte. Manchmal führt er seine Tiere auf Bengas Weide dort oben. Darf er ja nicht mehr. Er kann dir sicher erklären, wie man dorthin kommt. Ja, ja, hat er schon. Halt die Ohren steif, ist aus dem tollen Runds. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Wie er alle, wie er alle Frauen nochmal ermutigen will. So, aber wie wir uns im Endeffekt dann von Seekopp die Pacht holen und vielleicht mal wieder in die Stadt zurückkehren, um da noch ein paar kleine unerledigte Sachen zu machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, hat er das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land deinen eigenen nennen. Aber bis dahin hast du gefälligst woanders rum. Ja, ja, gut, aber wie wir von ihm die Pacht eintreiben, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2. Bis dahin. Ciao.